wie man vom bild des bildschirmes einen kleinen screenshot macht also ein bild von eurem bildschirm das geht eigentlich ganz einfach aber dazu müsst ihr euch etwas merken nämlich die tastenkombination windows taste shift taste und es windows weil es eine windows funktion ist shift damit wir da nicht uns verdrücken können und es ist für screen so könnt ihr euch das vielleicht etwas besser merken screen heißt ja auf englisch so viel wie bildschirm auf deutsch also windows shift s jetzt seht ihr wird es ein bisschen dunkler was ihr nicht seht ist wie ich jetzt gerade ein rahmen ziehe das macht ihr mit der maus aber ihr seht jetzt was ich ausgewählt habe und hier habe ich jetzt dem das bild vom bildschirm das kann ich abspeichern ich kann auch noch was rein zeichnen ich möchte jetzt zum beispiel darauf aufmerksam machen dass ich um diesen bereich und das habe ich jetzt nicht gut gemacht kann ich noch mal zeichnen hier einmal zurück dass ich diesen bereich hier besonders hervorheben will ich mache noch ein pfeil hin so für meine erklärung ist das sehr praktisch die nachher kommt die seht ihr dann und dann kann ich das abspeichern abspeichern könnt ihr das entweder in einem ordner eurer wahl ich habe hier zum beispiel schule und dann mache ich hier einen neuen ordner erklärungen und das bild benenne ich auch noch das nenne ich jetzt zum beispiel erklärung schrift 1 weil das mein erstes bild ist so und schon habe ich ein bild von meinem bildschirm gemacht